Und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zur neuen Part. Baldur's Gate 3, Dark Urge. Ah ja, wenn du hast zufolge kommt. Können wir nicht aufheben. Ist ganz krass. Charismativer in die Erinnerungen vorgenommen. Nachforschung und Untersuchung. Es ist verbreitet. Wahrscheinlich durch einen blöden Einpassung. Als ob jemand in die Erinnerung war, sich gegen ihn in ein Effort zu verbreiten. Dein Gehirn schlägt eine Bildung vor dir. Dein eigener Kopf, Blut guscht in fronten deiner Augen. Charismativer in die Erinnerungen vorgegangen. Nachforschung, Untersuchung, und wie lange die Kapsel schon leer ist. Das dauern könnt ihr einmal an diesem Blut schnuppern. Und wir haben Charisma. Okay, Nachforschung. Wirtschaft. Hier ist ein frischer Hinweis. Okay, zum uns genachter drauf. Wirklich. 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 Ah ja. Und was da nochmal? Ne, nochmal nicht. Das ist noch mehr von diesen Gedanken schon der Kapseln. Ein Hirnglas. Wirklich. Wirklich. Und töten mal später. Die Haynes. Und seine Erinnerungen. gehen und die Hunde zerstören okay das ist unverputzbar gehen wir mal hier weiter das ist cool und das sieht gut aus okay es gibt eine telepathische Verbindung mit dem Gerät und ein Choros von Static Energie füllen deine Geist jeder Mind Flayer in der Runde ruhe aus dem Pod für die Geist und Stabilität aber es gibt noch andere in den Pods die noch nicht infectiert noch nicht ein Lippen schrecklich, schrecklich zu gehen die Geist die Geist die Gerät Das ist eine unverwunderte Oh nein, jetzt müssen wir Müssen wir entscheiden Ja, da ist schon Können wir noch machen? Schade Im letzten Part haben wir hier schon Fehler gekundet Es wird Zeit für den Bossfight Ein langer Rast wird es nicht gesund sein Aber ich habe dort glaube ich etwas gesehen Was uns helfen lässt Können wir vielleicht werfen Einmal Genesung Zumindest das können wir für das Team Mit dem Verstand aufleben Okay, wo geht es hin? Ach so, das ist der Ausgang Beziehungsweise ein Eingang Okay, was machen wir hier? Ach, das gute Plattform Ja Na dann Bereits noch fehlen Auf gehts 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 Ich bezweifle es. Und Kephrik und seinen anderen Genossen, Isabel, Drebos, Reitz, Ulrin, Gortash, Traum, Kephrik ist schon. Und Kephrik. Und Kephrik fliegt auf Lickwett-Karrion. Ich weiß, dass wir nicht alle jetzt hier beschäftigen können. Ich habe meine Rolle gespielt. Du hast eine Armee für unsere Meister. Aber was für die Astral Prism? Eine roge, wahnsinnige Säule, die unter deinem Nose, all diese Zeit. Und du siehst du von ihr. Ich bin sicher, dass sie es folgen und es in meine Hand nehmen würden. Wenn du diese Distraczieren würdest. Die Distraczieren wurden dich, Kephrik. Vielleicht sollten wir noch niemals aufbauen. So, du hast nicht verloren. Aber du bist noch nicht so stark wie Orin, ich wager. Der Schlager gegen den Undyingen. Das wäre lustig zu sehen. Der Schlager gegen meine Säule. Der Schlager gegen meine Säule. Der Schlager gegen meine Säule. Und, 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 und. Aber er muss den Mörder-Marsch nach Borda's grave. Wenn die Säule wirklich in deinem Wesen steht, Kephrik, könnte ich empfehlen, die Kephrik zu Ende zu treffen. Orin und ich können dich noch nicht warten. Der Plan geht. Wir gehen in die Stadt und wir warten, wir folgen, dich zu folgen. Die readye Säule und die Weine in Tau. Ich meine, eigentlich haben wir nicht das Interesse, das zu retten, oder? Der Eidikt von Baine. Der letzte von Bord. Oh, das ist ein Blanister. Das Testament von Merkel! Ein Helder-Brain. Einer der kräftigsten und kräftigsten Kreaturen in der Existenz. Entschläftet von mehren Mordern. Da sind wir. Es würde nicht tun, dass wir vor uns kämpfen würden. Schau, Duke Ravengard. Der Absolut! Wer wir uns behält? Du schraubst deine Wörter in Weinen, Olderling. Als der Wörter die Wörter hält, wird dein schraubende Fleisch uns servieren. Okay, das hatten wir noch nicht. Sobald ich mich anruhe. Das ist neu. Wir werden das Haus öffnen und beginnen die Wörter. Du könntest mit der Arme, nachdem du die Wörter hast. Und Ketherick, versuche ich nicht zu schlau. Du solltest du sein, der furchte General ist, um die Stadt zu retten. Und ich bin der Hörter, der will es retten. Ich bin der Zeit, die Vertrauen in die Wörter. Ich bin der Zeit, die Vertrauen in die Wörter. Ich dachte, wir hatten alle alles gebetet. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten. Was ist es, ich wundere, das einen schraubt vor der Todesendung, wie ein Moth zu Licht? Du könntest bliebten, abschandelt mit dem Prism. Das eine Sache, die mich auszupassen könnte, mich auszulösen, meine Destinie. Aber die Wahrheit eines Destin ist irresistible, nicht wahr? Vielleicht wünscht du, dein Platz in der Geschichte zu lernen, bevor du davon auszulösen bist. Ein breites Flasch von Klarheit, bevor das rauszulösen. Mein eigenes blutrotes Schloss. Und dafür gehe ich... ...über...eure Leiche. Ein verdammter Hund, wie Oren, könnte sich beeinflusst werden. Ich bin nicht. Lass uns einfach sprechen. Das ist gut, dass sie vorbei sind. Mein Herr Merkle mir das, was ich wollte. Das, was kein anderes Gott mir gab. Meine Frau'in Leben zurück. Ihr Herz schlägt wieder einmal. Für das, er fragte ich, dass ich als seine Wahl. Ich erinnere Orren und Gortash, um den Kult des Absolutes zu entwickeln. Und dann... ...das Problem. Take control of it. Er hat nie mehr ein mehr Adäufer gebetetiger. Ich habe schon die große Worte gespielt, vor allem in den Service von anderen Gottes und anderen Waffen. Aber für Merkle, ich würde all of Faerun geben. Du bist das, was zwischen mir und meinem Bestinn liegt. Und du hast den Prism hier gebracht. Ich werde dich jetzt töten. Und dann werde ich dich als mein Servant erheben. Okay, Erfolg. Aber trotzdem. Und was jetzt geschafft, ihn zu töten. Um ihn zu kämpfen. Er ist hier. Er schaut. Er hört. Er ist... Er ist... Er ist... Ich glaube damit haben wir eine Phase des Kampfes gesiebt. Mirko ist gar nicht mehr so schwer. Jetzt wird es mal anstrengend angreifen können. Wir haben im ersten Rund schon viel zu leicht ausgeschöpelt. Ich bin mirko. Lord of Bones. Und du... Ich habe mich gewählt. Aber es ist keine Rolle. Denn ich bin Tod. Und ich bin nicht der Ende. Ich bin der Anfang. Dann töten wir noch den Tod. Nein, nicht direkt den Tod. Aber irgendwie schon. Ja, cool. So, wie weit kann ich? Ich kann jetzt mal ein bisschen vorgehen. Okay, da oben komme ich nicht direkt. Aber... Ich komme schon mal hier hin. Das ist weit genug. Um hier ein paar von denen zu töten. Um hier ein paar von denen zu töten. Aus mehr und das mit dem Glamot zu töten. Oh, das ist circa hoch. Teilt ab. Es gibt nicht ein paar von denen zu töten. Das ist hier nicht unbedingt hilfreich. Der Manflame ist immer noch wegkriegen. Der könnte zu Gefahr werden. Okay, vielleicht probieren wir uns erstmal hier mit Isabel. Wir verstehen noch nicht noch längere wichtigen Spacelots. Oh, verängstigt. Das ist gut. Okay. Das ist blödsinn. Moment. Der hat ein paar... Seine Einnahmen. Wird ausgeschaltet. Okay, die kann sich selbst halten. Okay, dem Mensch geht es nicht mehr so gut. Okay. Ich muss noch keine Spacelots verwenden. Gut, dass die runtergekommen ist. Ah, es ist Untot. Natürlich. Der Immobil. Okay. Der stärkste Gegnerin. Ausgeschaltet. Der kommt jetzt hier rüber. Der Stadl. Der Stadl. Der ist übrigens was. Sehr schön. Das ist ja immer so. Der ist der Unterschied. die letzte runde ausgesetzt oder was dann versuche ich das darin mal hier rüber zu kommen ein gewöhnliches ziel schlüpfen halt aus diesen ich kann nichts tun hoch hier nicht grünen ressourcen ok scheiße glüge verteidigung es ist sogar eher hinderlich Ich meine, ich hab zuhundig aber... Wutdienst. Und wir sollten mal hellen. Zu ihm hier. Sie hier. Na, fängst dich das nicht gut. Deswegen muss ich gucken, dass ich da die anderen hinkriege. Das ist irgendein Grund. Na toll. Jetzt bin ich hier festgehalten. Unglötiges Ziel. Fantastisch wie das hier läuft. Das läuft ziemlich scheiße. Waffenloser Schlag. Es kommt ein Tutorial für Waffenloser Schlag. Aha. Das hätte ich noch nicht früher getan. Okay, da habe ich noch nicht Ressourcen um den ... ... Das ist doch nicht wahr. Einen Trank trinken kann ich auch nicht. Wow. Okay, ich bin am Arsch. Ich bin am fängstig. Mit Haste. Versenmeln wir uns alle hier. Ok, wir werden sie befreit. Und dürft ihr angleichbar sein ... Ich versuche es mal. Ich muss es nicht verarschen. Ich muss dich erst mal selbst drehen. Mach das mal. Wow, das bringt sehr erstaunlich wenig gerade. Und Schattenherz ist tot. Oder auch nicht. Oder schon. Was läuft hier? Können wir jetzt mal anfangen, die Lingen auszuschalten. Okay. Ein Nachteil. Das heißt, ich muss mich da auch erst mal weggeben. Springen kann ich gerade nicht. Bewegen kann ich auch gerade nicht. Fantastisch. Ich kann gerade quasi nicht angreifen. Wow. Unweidlich. Und alle fast tot. Schön. Oh, meine Art zu kämpfen. Nebelschutz habe ich nicht mehr. Auch das wird nicht gehen. Vielleicht kann ich hier rüber hopsen. Und gut nachschauen. Natürlich kann ich nichts trinken, eine gute Nacht. Hoch hier. So wenigstens eine Hand greifen. Wenn ich den nächsten rum noch lebe, kann ich mal versuchen schlecht einzusetzen. So alles. Wow, sehr schön. Wow. Erstaunlich wie wenig das bringt. Und die Helmung. Shitty. Was hat es jetzt gemacht? Ok, jetzt war er am Sterben. Wow. So kann man wieder nichts tun. Vorteil steht da. Dann sitzt auch mein. Oh. Schöner Vorteil. Ich habe es auch im ersten Mal nicht beim Furs 2 geschafft. Auch wenn wir ihn viel zu leicht hatten. Fürs 3 war trotzdem nicht. Aber wir haben Zeit heute. Wir können auch bei uns machen. Wir können auch versuchen zu tun. Das Team geht gerade drauf. Versuchen wir wenigstens in meinem Kampf an dem zu halten. Und warte kurz. Ich bin jetzt immer in Power. Wir müssen nicht angreifen können. Ja komm. Nächstes etwas. So wirklich Schaden machen wir damit auch nicht. Und da war es schon gleich mit der Form. Das Team. Kannst du mal mithelfen? Danke. Das Team. Oh ok. Eins ist gestorben. Nein. Er war so ein guter Mietling. So ein starke Kämpfer. Dann tutet er seine eigenen Leute. Dann tut er seine eigenen Leute. Na komm. Und das lass das bringen. Na bringen tut das nicht wirklich was. Ein bisschen was. Na dann sind wir wieder unsere Gester. die anderen sind gerade nicht unser Problem die anderen sind gerade nicht unser Problem scheinbar kümmert er sich drum hatten noch 74, das könnten wir schaffen Kitscher Treffer wäre schön, wenn sie überleben würde die Mysterien spannender machen Helldrank kann ich nicht trinken aus so einem Grund Zeichen hier für Fähigkeiten, Abwehr ja Es lohnt sich dieser Takt wieder zu sitzen Kater hatte ich glaube ich nicht mit dabei Ich könnte es versuchen Oh, ein bisschen was hat es gebracht Und warum darf der Zweimann greifen Ja komm Ja, sehr schön 26 könnten wir hinkriegen Könnte Jetzt werden wir hier entabliert von allen Seiten Und dann müssen wir noch rüber kommen Das tut es noch nicht So, komm 14 0 Sieg Mit knappen Plus 2 Ja, immerhin Sehr knapp aber Wir haben was doch noch geschafft. Ich hoffe, jetzt müssen wir ihn nicht in mich auch noch töten, weil das... Du... Du hast keine Ahnung, was du getan hast... Isabel! Der Wille... ist... ist... Oh, okay. So viel Brutalität überraschend ist wie der Coach. Gefällt mir, wir könnten freundlich werden. Nein. Nein. Wir holen unseren Weg nach unseren Fates. Unleicht! Ihr Piddy, ich kann nicht sagen, das ist das Gleiche für Isabel. Sie hat vielleicht Kethericks' Daughter gewesen, aber sie war meine Welt entweder. Da, was du musst... Dann fliegen wir in dieses füllen Platz. Sie hat eine absoluter Reise. Sie hat eine große Chance. Sie hat eine große Chance. Sie ist in seiner Armour. Sie hat sie in seinem Armour. Sie hat sie! Sie müssen eine Weg nach und her. Schattenherz. Unverstanden. Wollt ihr nicht sterben? Wollt ihr noch was probieren? Ein kurzer Rast. Der hat nichts mehr dabei. Überlegt der drunter. Irgendwann noch 2. Ein bisschen Geld. Wir nehmen uns ja auch nicht zu looten. Unser Becker zurück. Die schöne Rüstung. Ich weiß bloß nicht, wer das tragen soll. Die Rüstung. Und jetzt die Bilder kommt zusammen. Die Absolut ist weder Gott, noch Mensch. Es ist der Elder Brain. Die Schatten, die ihr gesehen habt. Die drei gegen ihre Wille. Der Krone, den er wehrt, kontrolliert ihn. Und diese Schatten kontrolliert den Krone. Die Krone hat sich in den Kampf verwendet. Die Krone hat sich in den Kampf verwendet. Nein, das hat er nicht. Die Feuer ausgeschaltet worden. Wissen ihr wer unsere Feinde sind? Ich bin hier weil ich ein Heilmittel gesucht habe. Aber ergeblich. Was sind das für Steine? Eine temporäre Reprieve. Aber ein willkommen. Mit dem Gehirn auf ihrem Weg zu der Stadt. Seine Influenz hier ist verwendet. Was sind das für Steine? Oh. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Die Story haben wir ja schon im ersten Mal ausführlich gesehen. Oh ja, ein tolles Schild. Ein tolles Stumpf. Lieber Laden, was sonst. So viel Schrott, wie ich hier meine Untertreibe. Ich brauche mal wieder einen Händler. Das ist bloß zwei Schildschlag. Das ist ja schlechter als das, was wir haben. Das sieht besser aus. Das ist keine wohnende Vergeltung. Aber mit der wohnenden Vergeltung kann ich auch irgendwie nichts anfangen. Also, ja. Mal rein damit. Der Hammer. Nicht mehr Schaden, aber. Psychische Schaden, Geruchte. Ja, wirkliches Krieg, sag mal. Und die Wände und Schicksals hat mit den, durch die Bohnen. Das hat immer noch irgendwie einen besseren Wert. Nun, ich hebe es mal auf. Ich weiß, wer es noch brauchen kann. Ich hebe es nicht. Ich hebe es nicht mehr. der ist vielleicht das für astarion er braucht hier eine neue waffe natürlich das habe ich auch gedacht aber der hat den kindern unterdrückten seelen ich kann die rüstung tragen weil ich auch schwere rüstung geleveltt habe ich glaube das untergebt den kampfrausch kannst du mal versuchen von der kampfrausch ja so tragen wir keinen schweren wirst das tag und wer auch blödsinn schatten herz der mönch vergisst es ähm tja vielleicht nehmen wir einen krieger oder irgendwas mit arter als des nächsten Begleiter. Es ist ein langer Sinn, da soll es ja auch hin eigentlich. Carabassans Geschenk. Gewicht, grausame Stachel. Da schlägt es noch nicht mehr. Das muss ich erst mal ein bisschen in die Gitarre sortieren. Ein paar Sachen muss ich schicken. Okay. Was ist hier? Das ist ein Monarch mit meinem Namen. Gewicht. Na dann, wir müssen noch mit der Nacht nicht reden. Schattenherz muss es. Äh, Lazarus, was tust du hier? Ich hoffe mal, dass sie im Hintergrund die Map nachnäht, wenn wir mit NPCs reden. Wir leben in der Kirche des Gottes. Auch ich, als Morftal, haben keine Warnung, wenn wir kommen. Wir müssen uns wundervieren. Und dankbar. Wir müssen uns in deinem Camp heute Abend. Da werden wir uns über den Plan für dich diskutieren. Für dein Vergangenheit. Für dein Zukunft. Für dein Zukunft. Gut, wir sehen uns dann. Was meint ihr damit? Wollen warten. Sagt es mir einfach jetzt. Willkommen. Unsere gemeinsame Reise endet hier. Wollen warten. Wollen wir uns auch gerne mal? Can ich wissen, was sie zu sein? Wollen wir uns haben? Ja. Doch, was noch mehr? Okay. Was ist sicher? Wollen wir uns wissen? Seluna's light extinguished, thy hunger quenched The scales tip, weighted by blood, thou spilt Thou hast seen with thine own eyes and felt in thine urges The dead three unite, there are depths to this alliance yet unplumbed Consider, Molten, do Illithids possess souls? Where matters of balance are concerned, I am eternally called I shall ask yet again, do Illithids possess souls? You shall not Thou shalt think about it now and I shall give the answer Mind flares are soulless Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power A flock without souls yet to what end, O tempted one? This is the question thou must come to answer Until such time, be availed of my services You know from this desire, what could you say? You seem to know much about the dead three, I have to revive someone now I want to preserve my hair line Nothing thou dost not already know Ah, I have to say Yes, Bane, Lord of darkness Baal, Lord of murder Merkle, Lord of bones Once judged Ascended Then Vanquished As one And as three The alliance is reforged Motel The planes Us quake And the gods Shudder Very well One Two Finally One It's all One Two A One One A The Epic ja man krieg ja vielleicht ausprobieren haben wir noch keinen stoffen das ja er ist jetzt diese mädchen ist mir ans herz gewachsen aber naja es ist dann so soll es sein very well wieder beladen weil wir das Inventar von 1 bekommen haben, so wie nehmen wir nun hier einen Barbar, zwei Barbaren und dann spielen wir vier Barbaren, Zwerge, ein Bader, ja nicht so, Kleriker, Droide, Droide wäre was, und da war heiße nicht mehr Raum, könnte nur einen starken Drüben geworfen, könnte man drüber nachdenken, und tief liegen wir auch, ja, vielleicht kehrt es auch Paladin, wird sehr schnell ein Aufsprecher, Paladin, sehr weit, Kämpfer, Paladin wäre natürlich auch gut, das wäre, könnte man langfristig schatten, Schattenherz macht sowieso nix mehr, irgendwie Heilung, bis der, ja, könnte man vielleicht ins Camp legen und durch den Paladin ersetzen, dann kann er gut angreifen, und ein bisschen heilen, Paladin ist, glaube ich, eine gute Idee, wir können noch als zweites, Wölfe gehen mit Long, ein Weitläufer, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Weitläufer gar nicht aus, ist die einzige Klasse, wo ich überhaupt noch nicht, Schurke, ja, Zauberpunt natürlich gebrauchen, Nixenmeister, Magier, nicht funktionieren, Nixenmeister, Felsen genug, also Kerzen nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit, da wird nicht mehr Kerz heißen, und den nehmen wir dann noch mit dem Bade noch mit, wäre eine Idee, und dann Mensch, nur kurz zwei, ich habe noch mal Menschen drin, durch elf, ein Mensch, Schurke, ich will den, die nicht Mensch spielen, das ist da, und zum Beispiel, das ist da ein Zehn, allesbundes, und dann mal, nicht locker, das ist da, das ist da, niemand hat und fassbar, nicht locker, anall skillset ihr zu sein, eine Shoelle, Gerniwa, das passt da noch schulke in den bade die bahnklasse hat ja schon gespielt ich kann auch einiges an mächtigen zaubern kann auch irgendwann gut angreifen und badische inspiration kann er doch schon so ein tag bade sind gerade könnte auch schon ich würde ich mir mit bade das könnte es könnten also allerdings wird auf waldläufer versuchende droide das muss ich muss mir die klasse waldläufe noch mal angucken was die so können ich war für mich bisher ziemlich unattraktiv vertraut ist so ein bisschen kommt mir ein bisschen vor wie der droide schlechtere droide ich habe so den eindruck pw nehmen erstmal den zwei das müssen wir erstmal ein level und dann ist der part wahrscheinlich auch schon vorbei gehen wir uns nacher machen die lange rast wir quitten paladin droide multi klassen paladin kämpfer noch ein bisschen schau mal kampfstil verteidigungsduell mit großen waffen leibwaffen schild also nochmal schild leveln mit großen waffen wenn ich mich schon nicht als barbar mit großen waffen gemacht habe ich glaube ich habe mich irgendwie aus irgendeinem Grund auf Duell gelevelt schild mit ich habe mich jetzt schon irgendwie zum schildträger und zum rüstungsträger bekommen lassen dann ist der platz liegen ich muss dann nochmal neue leveln und dann ist eigentlich der schönste rüstungträger mit deinem schildträger sind angriffe auf deine verbündeten im nachteil sofern du dich im abstand von bis zu 1,5 metern befindest du musst deinen angriffe versehen können hm ich würde aber sagen zwei handwaffen würde ich nicht nehmen das kenne ich eventuell nochmal meinen Charakter nicht unbedingt auf Duell mal erstmal nehmen wenn du in deiner in einer Hand eine Nahkampfwaffe führst die weder 2 nicht noch vielseitig ist und in der anderen Hand keine Waffe führst du hast zusätzlich zwei Schaden du kannst in der freien Hand einen Schild tragen und dennoch diesen Bonus erhalten ja und deswegen in SAP mit Nieder das habe ich safe ich habe safe mein Chunkdorf im Duell gemacht Zonix Niederstrecken gewunden heilen im Zungen des Duell zwingen den Gegner dazu nur dich anzugreifen gegen das andere Ziel im Nachteil befehlen befehlen raus und strengen das niederstecken rein und dann müssen hier stecken wir auch Feuerschaden, Schallschaden ich mache mal voll auf Niederstrecken Stufe 3 Stufe 3 dann würde ich jetzt aber den Siegen mal rein nehmen Jetzt können wir die richtung auswählen, stuf 3 müsste es eigentlich Das ist Talent, Entscheidung ausstehend in die richtung, das können wir nicht irgendwann auswählen, sauber vorbereiten Stangenwaffen Passive Talent auswählen Shoot my script, let's live in Klebe, eine Hellebarde oder einen Kampfstab oder einen Speer Bonusaktion Wird auf Stangen, ververmestet hat sich mein Leben Und auf Schildmester Ich beschleife den Verdacht, dass wir mir Unterstufe bei ihm nicht festlegen können Mit den Spuren nicht festlegen können Dass die schon von Die Spurenkombinationen sind deaktiviert Ich spiele auch sehr leicht in diesem Mann Ok Ein bisschen Beistand können wir noch lernen Stufe 7 Wo war der Hingabe? Befehlen sehe ich nicht Und zwar das Bauen Göttliche Gunst nehme ich nochmal dazu 5 für 8 Best Talent Magische Waffe Verängstigte Munde, das hätte man im letzten Kampf gebrauchen können Talent Nehmen wir jetzt mal Schildmeister Oder Wächter wäre auch gut Dann ging ein Nachkundfrecher ein, der nach Verbindenden angreift Kannst du eine Reaktion verwenden Einen Waffenangriff auf diesen auszuführen Die Verbindung darf dabei nicht das Wächter-Talent haben Ich glaube, ich nehme Wächter Scheiße, das ist mal auf den Schild Stoffen rein Soweit sind wir schon gelevelt Schmurzauber Fluchbrechen durch Förderhoffnung Sie wüssten mal den Schwuch ganz gerne Müssen wir nachgucken Ob ich den brechen kann Mitgefühl Zeige Gnade, wo sie angebracht ist Und hilf deinen Bedürflichen Pflicht Verseh deine Pflicht Verfolge die Setze und unterstütze jenen Okay, müssen wir einmal keine Gnade zeigen Kein Mitgefühl Das ging aber hin Tageslicht, das ist sehr gut Blenden müssen wir stecken Ist auch nicht schlecht Kann man dagegen ändern Elementarwaffe Sexy Wiederbeleben ist aber auch gut Das war natürlich Tageslichtknot gebraucht Zunge ist nur hinter dem Zunge ist nur hinter dem Nimm dir eine Mitgefühl Räume rein So sind wir damit durch Dann gehe ich mal ins Lager und verteile das hier mal. Jetzt kriegt er erstmal einen Sinn zum Inventar. Ob das nicht sein Zeug ist, ich kann es hier nicht gebrauchen. So, ich glaube ich habe die jetzt alle gut ausgerüstet. Inventar das Level denke ich nochmal später nach. Nummer 2 ist jetzt erstmal ausgerüstet. Wie lange hast du? Ich habe etwas zu fragen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und strechen. Natürlich. Es muss. Das ist schön. Ich muss sogar schneiden. Ich weiß zwar nicht wo, aber ok. Ich weiß nicht nur einen. Ich weiß nicht, ob das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie mir klargestellt ist. Aber ich habe es nicht verstanden. Aber es ist wirklich nicht, aus mir sagen, dass du dich schon genau verstehst. Ich weiß nicht, dass du dich nicht selber wissen kannst. Du dich schon sehr trainiert hast. Du dich selber trainiert hast. Du dich nicht so gut hast. Du dich nicht valst. Du bist nicht verstanden. Du dich wbrarst. Du bist dafür. Du bist so. Du bist das von mir zu tun. Du bist so. Du bist wie immer noch Freunden zu schützen. Du bist. Du bist so. Du bist eine alte Song-Gerl. Dein Godess cares mehr für ihre Precious Secrets als für ihre Devotee. Get to the point! Wenn du mich frest, hast du ein Bonds zwischen mir und dem dog, Thorm. Ein Bonds von Schmerz. Sein Bonds, auf mich. Wenn ich auf dich auf, fühlte ich ein Bonds ähnlich. Du, mit zwei anderen. In einem anderen Ort. Lass mich helfen, dich zu erinnern. Du fühlst, dass die Kopfschmerzen auf den Ecken von deinem eigenen. Du kennst diese Sensation. Sie will, dich zu sehen, was jetzt herausfordert. Dein Geist, den Gefühl Öffnung, den Verstand schließen, das ist für sie allein. Dein Geist, den Gefühl Öffnung, den Verstand schließen, das ist für sie allein. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste im Sinn Bonds. Deswegen... Schauen wir uns das nochmal. ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Sie wurde beobacht. Was? Wer war dieser Mann? Du schon wissen. Du nicht sehen dich in ihm? Du nicht erkennen deine eigene Blut? Mein Vater. Das war er. Das ist er. Er ist noch. Und deine Mutter. Nein. Das kann nicht sein. Ich... Ich bin eine Orphan. Und wer hat das gesagt? Du bist eine Familie adoptive? Du bist nicht zu schuldig. Du bist jung. Imprensvoll. Sie haben dich genommen, weil sie wollten, und wiederholfen. Aber du bist eine Kindheit nicht mehr. Du bist eine Frau. Eine, die weiß, was zu tun. Meine Eltern. Ich muss sie schützen. Ich helfe euch. Vielleicht ist das keine gute Idee. Wir haben andere Sorgen. Heißt das, ich glaube es an die Seluna. Ich... Ich... Ich weiß nicht. dazu zu holen. Ich helfe euch. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come. But not yet forearmed. Wann haben wir Schattenherz eigentlich wieder geworst... Ja... ...in Gewand ausgezogen. Nach dem Speer. Ich dachte, das sei... ...der sei ins Schattenfeld geworfen worden. Vorsicht, das Ding kann euch doch angeblich töten oder nicht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, bevor es zu weit entfernt. In die Umberal-Domain schlief. Schär ist schnell zu beschreiben, was sie keine Ahnung hat. Ich glaube, du wissen das gut. Aber ich fühlte es mich, als ich nachher fliehen. Whatever Schärs nennt, Seluna hat die gleiche. Sie sind eine und die gleiche. Ihre Kraft ist verrativiert und verrativiert. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. It hurts. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the moonmaiden to guide you at last. Let's see the moon is early. I have that now? Let's go. Let's get going. Let's go. I have the moon cover. If I don't read it, I have nothing to waste. Ok. Can you see that? Moon, moon, fire, 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 fire. Wo muss der andere auf jetzt hin, verpufft, achso, ja, joa, mach mal so gut, na dann, gute Nacht. Ja, 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 ja. Na dann, im nächsten Part wird noch mit Schattenherzen müssen geredet und dann wird noch überlegt, ob das Team strukturieren, ob Schattenherzen noch bleiben darf. Das ist eigentlich sehr nützlich, so lange sie will, kann sie bleiben, ansonsten, ja, ich glaube, die lassen das mal noch im Team. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.